Hallo Leute, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute gibt es mal was ganz besonderes. Im Hintergrund seht ihr das vielleicht schon. Wir sind bei Offenbach gegen Saarbrücken. Ganz genau. Wir sind hier in Offenbach. Kickers Offenbachs gehen wir hier gucken. Gegen Saarbrücken. Wir wollen uns das Spiel angucken. Das ist auf jeden Fall mal ein Highlight für uns. Und ganz schöne Grüße an euch, die Zuschauer. Ich hoffe, es wird ein geiles Spiel für uns alle, denn wir sind erst mal hier. Die das mal wieder mit am Start. Wir sind im Auge gekommen. Wir sind bei Block 2. Werden wir uns einnisten. Genau, ich habe 12 Euro bezahlt als Erwachsene. Und ich 7 Schüler. Und wir wurden eben schon am Kassenhäuschen erkannt. Voll geil. Jetzt gehen wir aber rein. Wir sind hier in der Bundesliga glückliches Zukunft. Das ist heute ein neuer Liga-Rekord in dieser Besuch. Danke für die Besuch. Danke für die Besuch. Danke für die Besuch. Bitte unterhast das Werfen von jeglichen Gegenständen auf das Feld und bitte unterhast das Schuppen von der Wettbewerke des Körpers. Bitte um Vernunft und eure Unterstützung. Danke schön. So Leute, meine Halbzeit. Kicker-Sommerbach führt. 1-0. Mit dabei ist immer noch Marcel. Titus am Start. Meine Halbzeit. 1-0. Kicker-Sommerbach. Sehr geiles Spiel. Gefällt uns sehr gut. Und wir sehen uns bis... Fleisch wieder. Dankeschön, dass wir bei Raps gebeendet haben. Bis gleich. Sehr geiles Spiel. Macht Spaß. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, das war das Spiel hier in Offenbach. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Noch mal ganz liebe Grüße nach Offenbach. Es waren viele Fans hier, die uns angesprochen haben, Zuschauer, die meine Videos kennen. Marcel, natürlich auch. Hat uns natürlich wieder mega Erfolg, mit euch zu reden. An andere, die mal jetzt leider nicht getroffen haben, wir kommen auf jeden Fall noch mal nach Offenbach. Wenn nicht zu viele hier sind, vielleicht kann man dann mal bei euch in den Block reinkommen. Wir waren aber in Block 2, also wir waren ziemlich nah an euch dran. Block 3 waren wir. Ja, Block 2, Block 3, das ist eh in die, glaube ich, dasselbe. Da macht man eine Abmoderation, wird nicht stört. Egal, seid ihr live dabei, Leute. Drückt mich noch weiter. Ich schieb mich mal gerade an. Hier hast du keine Zeit. Jetzt, jetzt, du redest. Na ja, Leute, das hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, euch zu treffen, mit euch zu reden. Kanal habt ihr bestimmt abonniert. Das Video hat euch bestimmt gefallen, da habt ihr einen Daumen nach oben gegeben. Ja, gibt von deiner Seite noch was zu sagen. Ich würde einfach nur sagen, gibt einen Daumen nach oben. Abonniert uns an die Kanäle. Guckt mal bei mir vorbei, bei dem Video. Weil am Schluss habe ich das total anders gemacht. Ja, da waren witzige Zähne dabei, stimmt's? Gerade eben. Wenn du das reitschneidest, gell? Ja, wenn ich das so sage, das heißt, ich schneide das sowieso nicht. Wenn ich das so sage, äh, und ja, ich hab jetzt zu hoches Lage gehabt. Mach nochmal nach. Ja, so in etwa. An die Leute, die nicht dabei waren, ihr habt verpasst. Ich hoffe, ihr habt ihr im Fernsehen gesehen oder so. Wir haben nicht jetzt viele Spielszenen im Video drin. Weil wir da natürlich keine Rechte von haben, aber das wisst ihr alle. Dafür haben wir andere Schnittbilder drin. Und ich hoffe, das Video ist geil geworden. Wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder. Der Dieter Sonner dabei. Der war halt auch super gefallen. Auf jeden Fall. Gell, Dieter? Das war ein sehr schöner Tag für uns. Und hat uns sehr gut gefallen, mit euch im Stadion zu stehen und anzufeuern. So, wir sind mal gucken. Es ist voll, wie der zu lang wird und wir wieder tausend Stunden, äh, nur, nur am, nur am, bis zum Ende, äh, das drehen. Das heißt, die halbe Zeit nur Endcard machen. Naja, das kann Endcard ist einfach nur ein bisschen Rede, was wir heute erlebt haben. Hier ist übrigens eine Trennenseelände. Aber wir machen jetzt aufs Beende. Genau, wir machen jetzt hier die Schotten dicht. Aufkleber hab ich natürlich auch geklebt. Man sieht, ob das nächste Mal noch ein, kann ja noch ein Foto machen von euch. Wir machen jetzt hier die Schotten dicht und das war dann mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Gebt mir hier einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Und bis bald, Leute. Abonniert auf meinen Kanal. Und tschau. Tschau. Und bis bald, Leute. Bis bald!